Thomas Vosser, Chefarzt einer Lungenklinik und Präsident des Verbands Pneumologischer Kliniken, sieht in einer Durchseuchung mehr Chance als Gefahr und sagt, Zitat, wir müssen darauf hoffen, dass sich 100% der deutschen Bevölkerung mit Omikron infizieren. Hoffen auch Sie darauf? Ja, das ist keine Frage der Hoffnung oder des Wunschens oder der Präferenz. Das ist ein Naturereignis, dem wir gegenüberstehen. Und wo wir das erste Mal die Möglichkeit haben, auch die Auswirkungen dieses Naturereignis zu reduzieren, zu minimieren mit der Impfung und natürlich durch das Strecken der Infektion bis zum Zeitpunkt, dass auch die Impfung zur Verfügung steht. Aber ansonsten endet jede Pandemie, das ist nun mal so, ob man das akzeptieren möchte oder nicht, mit der Durchseuchung, mit der natürlichen Immunität für alle. Das war in den letzten 1000 Jahren so, da hat es alle 30 Jahre eine Pandemie gegeben.